Apfelkücher Kreuzbärm Bayerischkurs mit der Deckenhof-Mafia So, grüßt euch beieinander. Hey, grüßt euch. Herzlich willkommen zum Bayerischkurs Teil 10. Und weil ich ja so tolle Fortschritte gemacht hab in letzter Zeit, machen wir halt nicht nur ein Wort, sondern fast einen ganzen Satz für euch. Ja, ey, jetzt probier auf. Das sind drei Wörter. Und die seht euch jetzt mal der Jankmeister. So, probier aufpassen. Die Rehe baden sich. Dreh, bohn, seh. Bitte sag's euch nochmal. Dreh, bohn, seh. Was, was language is this? This doesn't make any sense. James bohn! James bohn! Dreh, bohn, seh. Ah, der war gut, der war gut. Du, GQ da hinten. Dreh, bohn, seh. 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 Ja, sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Danke, Herr Ritzer. Und du, Ami? Dreh, bohn, seh. Dreh, bohn, seh. Dreh, bohn, seh. Dreh, bohn, seh. Ja, vor allem. Gut. Ich bin Bavarian. Ja. Gut. Colin, bitte. Dreh, bohn, seh. Dreh, bohn, seh. Dreh, bohn, seh. Dreh, bohn, seh. Danke. Ein Naturtalent. Danke, André. Danke, Kollegen. Machen wir alle gemeinsam jetzt bitte bei drei. Eins, zwei, drei. Dreh, bohn, seh. Hallo, noch mal bei drei. Eins, zwei, drei. Dreh, bohn, seh. Boah, ey. Fantastisch. Also, geht doch. Viert euch. Viert euch. Viert euch.